So, meine kleinen Freuen der Nacht. Chicken hat jetzt nebenbei eine kleine Komplettlösung offen. Und dann gucken wir mal, ob wir mithilfe hier den Bonus-Dungeon finden werden. Auch wenn sie auf Englisch ist. Ja, Chicken! Du und deine guten Englischkenntnisse! Böse. Egal. Ja, gute Englischkenntnisse. Ich war mal scheiße in Englisch. Englisch ist böse. So. Hier steht... Blablabla. Neuntes Stockwerk. So. Rechts. Irgendwo oben. Uh, duh-duh-duh-duh. Take the stairs on the tensed floor. Ich frage aus, von wo muss ich gehen? Muss ich vom achten kommen, oder vom zehnten? Das steht doch nicht. Ach, egal. Auf jeden Fall irgendwo hier auf dem neunten. Und dann... Irgendwas vom zehnten und blabla. Ja, von wegen Komplettlösung. Ja, Chicken. Omega Storm! Moment mal, Chicken denkt ganz falsch. Sie muss ja... Sie muss ja vom achten kommen. Mh... Du denkst mal wieder falsch, Chicken. Bitte in die Kommentare einmal Faceball im Schreiben verticken. Ja. Die gehen davon aus, dass ich den langen Weg nehme. Bestimmt. Omega Storm! Ja, stirb! Stirb! You did it, ja. Sag, dass wir für den Dungeon gefunden haben. Aber der soll wirklich dann im zehnten Flur sein? Da war doch gar nichts. Da ging's nach oben. Wo war das andere? Weiter unten, bei den Feuerlines. Feuer! Wir sind gefeuert! Was hat er da so gefeuert? So, achte Ebene. Neh, noch ein Thema. Aber sonst macht auch keinen Sinn. Ihr steht, ich soll nach rechts gehen, dann nach oben und dann... Hier. Die Treppe zum zehnten Stock benutzen. Aber die Treppe ist doch da oben. Das heißt, ich müsste erst nach oben gehen und dann... Oh, ich hate you so damn fucking auf Doom. Stirb einfach nur. Egal, wir grenzen jetzt einfach schon mal eins bis acht aus von Stockwerken. Entweder der neunte oder zehnte. Aber hier ist doch nichts mehr. Sag, Kasse, ja. Und hier waren wir auch schon. Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt nicht. Die werfen wir mal durchs Feuer. Das ist doch alles Pärsche. Kann man ja die Minen vom Maulia sprengen. Ja, da ging es doch wieder nach oben. Schade, wir sind jetzt im achten. Ach, I hate you. Weißt du Minen von Maulia? I hate you. Ich werde einfach dann Tommy und Rappi beißen. Sie haben mich hier reingeschickt. Hey Chicken, wir haben dich nicht gezwungen, da reinzugehen. Das hast du selber gemacht. Wir haben dir zwar hier... Dings gemacht. Schmackhaft gemacht. Indem wir dir gesagt haben, hier, Inventargeist, Bonus-Dungeon. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Denn erst hat mir Zombie irgendwas von einem Bonus-Dungeon erzählt. Und dann kam Rappi dann irgendwann später... Ja, da gibt es Inventargeist da. Es hat alles mit Zombie angefangen. Und jetzt ist er plötzlich seit ein paar Wochen, Monat, so nicht mehr online gewesen. Ich frage mich, ob das einen Zusammenhang hat. Das hat bestimmt einen Zusammenhang. Er ist bestimmt ausgewandert, ne? Er meint auch. Ja, Chicken wird jetzt bestimmt gerade in Minen von Maulia stecken und... Verzweifelt nach dem Bonus-Dungeon suchen. Dann wandere ich mal aus in irgendein Land, wo sie niemals hingehen würde. Ja, wo würde ich niemals hingehen? Ich gehe nie wieder zurück nach England. Er ist bestimmt in England. Hm. Hm. Bestimmt, oder? Ja, bestimmt. So wird es sicher sein. Egal, ich suche mir mal eben schnell ein anderer Dings raus. Ich will endlich weiterkommen! Wenn wir dann in weitere 500 Folgen hier noch drin sind, dann... Ich weiß es nicht. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Denn ich habe gerade auf unserer absoluten Lieblingsseite YouTube... mir am Anfang von einem Walkthrough angesehen und... Hier müssten eigentlich Leute sein auf der neunten Ebene. Also hier würde dann eine Wache stehen. Und hier wären dann auch Leute. Ja. Aber da bei mir irgendwie keine Leute sind... Das könnte ein Bug sein, oder... Mir fehlt irgendein Dialog irgendwo. Keine Ahnung. Und hier wäre dann die Treppe runter... ...in den Bonus Dungeon. Nein! Warum? Kein Bruder, dass ich ihn nicht gefunden habe! Wieso? Wieso? Wie, verarscht mich! Dann müssen wir das mit dem Bonus Dungeon wohl streichen. Oder ich finde dann... ...bis ich das nächste Mal aufnehme... ...irgendeinen Weg, wie ich das fixen kann. Falls es an irgendeiner Dialogoption liegt, die man irgendwo aktivieren muss. Am besten fliege ich aufs Kling nochmal in alle Städte, rede nochmal mit allen Leuten. Vielleicht wird dann hier irgendwas von gelabert. Ja, die haben in mir einen neuen Dungeon gefunden. Blablabla, Bonus Dungeon. Wenn dem dann nicht der Fall ist... ...wenn dem dann nicht der Fall ist... ...müssen wir wohl oder übel auf den Bonus Dungeon verzichten... ...und werden dann direkt zu Daraus gehen. Eigentlich ziemlich schade. Ich hätte gern die Elementargäste gesehen, die hier hausen sollen. Warum? Warum? Voll fies, gemein und so! Ficken ist traurig! Aber das Problem sollen wohl auch noch andere haben, wie ich in den Kommentaren unter dem Walkthrough-Video gelesen habe. Es liegt nicht nur bei mir. Also kann es an mir nicht liegen. Chicken hat nichts falsch gemacht, ja! Ja, ja! Doch anscheinend hast du das falsch gemacht, Chicken, weil sonst wären da unten Leute auf der neunten Ebene. Und du könntest jetzt in den Bonus Dungeon. Ja, du böse Wache. Ja, ich bin Abenteurer. Tausende von Monstern. Seid bloß vorsichtig. Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass ich schon das Maximale an Spielzeiten habe. Aber das könnt ihr nicht machen! Das war böse. Daran würde es wohl kaum liegen. Naja. Chicken wird dann Offscreen mit jedem und überall nochmal reden. Und vielleicht Kann Chicken es ja so triggern, dass dann die Leute auf der neunten Ebene von den bösen Minen von Morlia Ich wusste, dass dieser Dungeon böse ist! Ich wusste es schon von Anfang an! Seit ich dieses Spiel betreten habe Wieso? Das ist doch alles fies, gemein und böse und bla 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 blub Ach egal, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, ihr kleinen Freunde der Nacht! Und Chicken wird dann erst mal weinen! Ja, Alvanista, alles deine Schuld! Da hatten wir nämlich den Pass hier! Ah, vielleicht soll ich dann hier mit der Suche, nenn ich das mal anfangen! Also dann tschüss, ihr kleinen Freunde der Nacht! Chicken geht jetzt erst mal weinen, sich in die Ecke weg riechen und weinen! Tschüss! Ach ja, noch eine kleine Information am Rande! In meinem Workthrough, den ich gerade offen habe, steht Tales of Fantasia Had the most incensed frustration bonus dungeon in any game ever! Jetzt weiß ich auch wieso! Ja, Frustration! Ah! Aber jetzt wirklich Tschüss!